Ich bin jetzt mal gespannt, die Cheryl hat eine Flashlight dabei, aber ich bin ehrlich gesagt zu geizig, ein Perk gegen Franklins einzutauschen. Wir treppen das Haupthaus zu. Ja, sie zieht sofort, finde ich gut. Und die Jackpill ist dann weg, finde ich nice, finde ich gut. Schadow? Schaut her. Oh, mit einer Klickie. Ah, flink, alles klar. Warum zum Fick? Das hat nicht geklappt, hm? Oh, warum wird's nicht? Definitiv nicht, das weiß ich. Oh, die ist da rübergerannt, lol? Ich sollte dringend mal an meinen Kopfhörern arbeiten. Ich hasse diese Map. Ah! 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 istas Gedanken? Ah! 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 Auf. Ah! 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 Keine Ahnung, wo die anderen sind. Ich will die mindestens im Starkel haben. Okay, der Gin interessiert mich nicht. Okay. Ah, die sind. Ah, die sind. Die sind amul. Was? 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 Fang hat kein Bock mehr? Ich hätte oben eine Falle legen sollen. Geh ahhh! Wo? Ah! Aaaaah! Aaah! Oh, 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 oh. Oh Ich habe jetzt nicht hier auf Barbecue geachtet, dummerweise Mir reicht es, wenn die drauf geht, dann habe ich nämlich meine letzte Challenge Schade Das ist flink, das weiß ich nicht Ich kann keine Pause machen Und die Zeit gehe ich sowieso nicht mal an die Tür Ich habe Zeit Ich habe keine Ahnung wo die andere ist Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ich werde sie nicht hinkriegen Wir machen hier trotzdem auch normale Falle Auch wenn sie rauskommt, ist okay Ich habe keine Ahnung Nein, es ist so schlimm. Was? 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 Erledigt. Endlich. Das ist noch ein Aufgriff vom letzten Rüft, nicht vom aktuellen. Ich.